Ja meine Lieben, herzlich Willkommen bei Yorba Nacho, herzlich Willkommen in Stalker Shadow of Chernobyl. Da sind wir und jetzt können wir immer noch versuchen hier rauszukommen. Da können wir noch ein bisschen Munition abgreifen. Ich hab mal noch 20 Schuss, sagt er mir. Oi! Ähm, Tatsache. Und für die hab ich gar keine? Oh, das ist aber böse. Ne, stimmt, die und die haben da auch die gleiche verbraten. Ja, das sind ja alles 19er. Pass auf, machen wir mal Folgendes hier, einmal entladen. Ähm, das sind 19er. Wo sind meine ganzen 19er? Hab ich alle verbraten? Und das sind, äh, andere. So, verstehe. Und die haben aber dann auch 19er, oder? Dann bin ich jetzt gepackt. Okay. Das ist natürlich jetzt unschön. Und die wird dann direkt erstmal wieder geladen. Und aber mit der hier austauschen. Weil das ist die stabilste Waffe jetzt, so. Warum ist denn hier so ruhig jetzt? Alle weg? Ich will das nicht. Los, Munition. Auch hergehen. Aber unsere Hunter Granate nehmen wir auch noch mit. Ich weiß nicht, warum es jetzt hier so ruhig ist. Aber ich find's gut. Und das heißt, ich mach mir jetzt hier aber ganz schnell vom Acker. Also ganz schnell, so. Und, auf mal. Gar nicht gucken, einfach laufen. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Jo, da steht noch einer. Jo, jo. Mach du mal. Mach du mal, ganz so eine Sache. Okay, das Thema hätten wir. Super. Da geht's noch ein bisschen heiß her. So, jetzt muss ich aufpassen. Wo muss ich denn jetzt hin? Maulwurf kriegen wir sowieso nicht mehr. Weil ich könnte schwören, wir haben die Information über die Dokumente vom Maulwurf. Könnte ich schwören. Jetzt haben wir es auf jeden Fall erstmal geschafft. Wir sind raus. Boah, das war ja echt eine Geburt. Alter. Aber mega. Absolut. Ich liebe es. Mhm, dachte ich mir doch. Ja, ich bin, äh, ich bin weg. Tschüss. Ich bin da weg. Ich will doch gar nichts von euch. Ich brauche dafür wohl dann doch mal besser die hier. Mit Schalldämpfer also. Wie komme ich jetzt an den Hunden vorbei? Also da wohl eher nicht. Wäre cool, aber da sind so viele Anomalien. Hä, hier bringt überall das Zeug. Das kann ich dann gut verkaufen oder nicht? Äh, ich sollte einfach nur mal nicht reingehen. Weil? ja, hier liegt das überall rum. Cool. Aber jetzt muss ich, ich muss ja. Keine gute Idee. Ich muss da bei den Hunden durch. Oder bei den Banschen hat man auch Schwierigkeiten rüber zu laufen. Und nicht schlecht. Also entweder bei den Hunden oder beim Soldaten. Da sind mir die Hunde ja schon fast lieber. Der Soldat ist unten. Ich kann aber nicht rüber. Hier stand doch eben nur einer. Ja, ich möchte betreten. Cool. Das ist doch mal... Ja, schick. Jetzt muss ich das Lager schon wieder... Das Thema hatten wir doch erst. Das Thema hatten wir doch erst. Da kann doch jetzt der Auftrag nur schief gehen. Das haben wir doch schon längst verteidigt. Ich werde mich veräppeln. Wo sind hier meine Aufträge? So. Dokumente zum Wirt bringen. Okay. Und der Wirt ist... Hä? Wo denn? Da ist der Wirt. Aber bitte, was hat ihn denn jetzt mit dem Lager zu tun? Oh. Da fliegt schon wieder einer. Ja, der jetzt nicht. Dumme ist, wenn ich auf den jetzt rumschieße, ist auch nicht so eine tolle Idee. Aha. Verstehe. Dann sollte ich da vielleicht besser nicht reingehen? Ähm, hallo? Ich bin nachher Haus. Ich bin doch schon längst da... Was soll denn das jetzt? Jetzt gehe ich gleich kaputt, weil... Ach. Guck an. Das ist ja auch doof. Aber jetzt haben wir es dafür wieder. Hm. Ja. Und hier hat gleich den Grün. Ich muss da durch. Das Thema mit dem Lager hat man doch schon mal. Auf dem Hinweg. Da habe ich das doch schon längst freigeräumt. Und jetzt muss ich die wieder alle... ...wecknudeln. Jetzt kommt ja auch noch jeden. Warte doch mal. Am besten, bis es dunkel ist. Wenn dunkel... Das wäre gut, ne? Nein. Möchte ich nicht. Ich möchte einfach nur nicht, dass der mich sieht. Ja, jetzt hat er mich aber gesehen. Und ich habe hier... ...erstens... Ähm. Tauschen. Falsche. Ja, super. Brauche ich jetzt. Nein, ich muss jetzt... Äh, da. Äh? Och ne, kommt schon. Das ist doch jetzt doof. Ah, ich hatte das Lager doch schon längst verteidigt gehabt. Und das ist das, was mich jetzt so sehr daran wundert. Wieso sagt er mir Lager verteidigen? Ist doch schon längst geschehen. So, die mal entladen. Dann habe ich ein paar Schuss mehr. Dann gehen wir jetzt direkt hin und... Na, wir müssen ja. Geht ja gar nicht anders. So. Super, der hat mich gesehen. Der freut sich. Ähm. Okay. Fall halt um. Wo ist der andere? Da. Ich muss... Warte. Warte, warte, warte. Warte. Wieso hat denn der mich getroffen? Mal gucken. So. Noch welche. Oh, der ging gut. Oh, doch nicht so gut. Warte. Na, endlich. Okay. Hey. Jetzt kriegt er noch ein bisschen Munition. Das ist gut. Das kann ich auch mitnehmen. Kann mir alles verkaufen. Das muss ich noch ein bisschen aufpassen, ne? Munition. Sehr schön. Genau, was ich brauche. Und das ist ja auch nicht so falsch. Aber hier waren noch drei. Also eher hier. Und hier waren dann... Was denn? Hört ihr mal auf, kurz auf mich? Ne, ne, ne. Lass mal. Lass mal. Ne, lass mal. Ich bin ja... Ich bin noch nicht so weit. Ich wollte eigentlich ja erstmal gucken. Wo wissen wir jetzt? Ach, da. Wow. Der darf sich nicht anschleichen hier. Dann haben wir ein Problem. Okay. Ich muss mal ganz kurz weg. Die schleichen sie aus zwei Ecken an. Das geht nicht. Das können wir ja so nicht machen. Lass das. So. Jetzt darfst du erstmal kommen. Wo bist du? Ah, der ist jetzt auch darüber. Okay. Ja, noch siehst du mich. Auch mit Pistole. Bin ich. Der war schlecht. Hä? Schießt du mal ein bisschen auf den Baum. Vielleicht kriegt er ein Guckloch. So. Warte. Was für ein Ding? Wieso sind das schon wieder zwei? Hey. Der war ja auch eine Pfeife. Ja, nun. Warte. Bleib doch einfach mal kurz stehen. Sondern kann ich dich so gar nicht treffen. Du hast das Prinzip noch nicht verstanden. Du stehen. Ich schießen. Wo, 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 wo. Wow. Aber Angst haben die auch wirklich nicht, ne? Stehen die sich da einfach so mitten in die Schusslinie? Die wissen ganz genau, ich treffe sowieso nicht. Wo ist er denn? Wenn es nicht so wird, habe ich Vorteile. Hier. Oh. Werden hier mit was ganz hinten geschossen? Na toll. Und ich habe nichts mehr zum Nachladen. Ganz böse. Wie soll ich denn bitte schön? Das Lager gegen so viele Leute ohne Munition verdämmen. Das geht doch gar nicht. Der war gut. Eine Munition mitgebracht? Warte mal. Hat er nicht. Oh. Aber der hat sich schon recht gut angesehen. What? Puh, das wird schwierig. Ich habe eindeutig zu wenig Munition. Definitiv. Um die ganzen Leute, die da ankommen, wegzukriegen. Und ich habe auch natürlich entsprechend Schwierigkeiten. In den Laden so. Und da wollte er mich auch nicht durchgehen lassen. Ja, da komme ich auch nicht. Ich komme hier nirgendwo durch. Ich muss da geradeaus durch. Da hat keine andere Wahl. Und das ist ein Problem. Weil hier kommen wir jetzt dann halt immer nach. Das ist doof. Zumal ich auch nicht richtig machen kann, was ich will. Ich brauche immer ein halbes Magazin, um es endlich mal zu treppen. So. Komm her. Na, nutze es auch. So ist es fein. Was für ein Fugger? Was für ein Fugger? Warte mal. Oh nee. Ey, jetzt ernsthaft? Ich habe gerade ein Midi-Pack komplett reingeschmissen. Und der macht mich mal so ganz mal eben auf die Seite. Das ist... Alter Schwede. Da sieht man auch jetzt, dass das echt gut gemacht ist. Weil der wollte auch rumkommen. Und hat eben geguckt, weil er dachte, ich komme hinterher. Also auf seine Richtung. Man hat nicht damit gerechnet, dass er auf meine Richtung hinterher kam. So, ich muss hinter diesem Baum. Super. Freut mich. Kenne ich ja schon. Weil da hinten gleich schon mit der Levelwechsel ist. So, wo bist du? Du kommst doch gleich mit Sicherheit wieder hier lang. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich jetzt tatsächlich extrem eingezwängt bin. Und durch das Levelwechsel. Was so nah hier am Lager ist. Alter, das gibt es doch gar nicht. Den muss ich doch irgendwie auch mal treffen. Also so. Du willst jetzt von hinten. Habe ich den jetzt? Was? Boah. Ja. Jetzt ganz ehrlich, wie soll ich das dann machen? Bitteschön. Wie soll ich das denn bitteschön machen? Da gehen wir doch jetzt sämtliche Medipacks bei drauf und ich habe die da hinten immer noch nicht raus. Okay, bis dahin hat es ja dann doch ganz nett funktioniert. Weil die aus irgendwelchen Gründen mich gerade nicht sehen. Finde ich gut. Boah, hat ein Haufen Leichen. Und nach dem 100.000. Sterben bin ich jetzt schon mal deutlich weitergekommen. Munition. Hätten Babbel, wenn du noch lebst. Wo lebst? Wo lebst du? Ach so. Mach hier mit. Schnauze. Das lebt er nicht mehr. Haben wir das jetzt hingekriegt? Oh, ganz schnell speichern. Ganz schnell. Ganz schnell. Das war ja, ähm... Das war echt... Also momentan... Ich weiß gar nicht, auf was hatte ich das jetzt gestellt? Habe ich das echt auf Wetter herangestellt? Glaube ich nicht, oder? Der hat die falsche Munition mit, oder? Jo. Kann ich ja nichts mehr anfangen. Jetzt kann ich den Artefakt da vorne wieder mitnehmen. Der hat die richtige mit. Das ist schön. Ein bisschen noch Essen dabei. Auch sehr schön. Da ist noch einer. Oh. Ähm, ich bin ja nochmal hinter meinem Bäumchen. Weiß nicht, warum die mich hier nicht gesehen haben. Aber ich find's gut. Na super. Wie viele seid ihr denn? Ähm... Wow. Hier werden mir jetzt nur zwei angezeigt. Ah. Ach, der wird mir gar nicht angezeigt, der blöde Hund. Ja, komm doch ruhig hoch. Jetzt endlich. Also zwei Stück. Wenn nicht mehr. Ja, dann wäre ich ja soweit zufrieden. Oh. Wofür ist der Bolzen eigentlich gut? Ja. Na toll. Und ich vergesse nachzuladen. Ganz schlaues Kärchen. Was lernt man immer beim Ego-Shooter als erstes? Nachladen. Oh, jetzt kann ich gar nicht mehr nachladen. Das ist doof. Der war weg. Jetzt hab ich auch keine Munition mehr. Da haben wir noch ein paar Schuss drin. Okay. 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 Haben wir. Medipack auch gut. Rot brauche ich nicht. falsche Waffe. Gib mir die... Ah, die richtige Munition. 18. Aber was soll ich denn damit? Hab ich doch genug. Und Schrot nutze ich nicht. Unnütiges, unnütiges Gewicht. Und gerade wo es hier ja nun auch wirklich schon mit darum geht, auf sein Gewicht wirklich achten zu müssen, da ist das dann doof. Wieler. So, den hatte ich schon. Ja. Den hatte ich dann auch schon. Dann kann ich mir jetzt langsam nach vorne durch die Leichen arbeiten. Na toll. Das ist auch mal eine Aussage. Weil wir haben 20 Minuten oben, mein Lieben. Wenn es euch also gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch. Da teilt sich keiner vor Social Media. Und, ähm, ja, kommentiert fleißig. Das würde mich auch freuen. Da muss ich mir auch mal angucken, wie die ist. Also bis dahin. Bye-bye.